Suns in 4, Phoenix gewinnt die ersten beiden Heimspiele überragend, Bucks in 6, die Fans schreien es hinaus, denn Milwaukee schlägt zurück, er steht 2 zu 2 in dieser ultraspannenden Serie. In diesem Video verrate ich euch, warum mir die Finals dennoch nicht gefallen, warum ich von Giannis Antetokounmpo beeindruckt bin und wer zu 100% NBA Meister wird. Bis gleich! OZPEDIA The Sportsbetting Community Dann starten wir mal, denn wir sind schon in Spiel 5 zwischen den Phoenix Suns und den Milwaukee Bucks. Beide sind ja wirklich verdient ins Finale gekommen. Phoenix im Conference Final hat gehandicappte L.A. Clippers besiegt und die Bucks sind letztendlich weitergekommen gegen gehandicappte Atlanta Hawks. Beide sind aber trotz der glücklichen Umstände verdient ins Finale gekommen. Und ich habe gerade schon gesagt, warum bin ich kein Fan von diesem Finale? Das muss ich hier mal an diesen beiden Herrschaften festmachen. Devin Booker, der Star, zusammen mit Chris Paul bei den Phoenix Suns auf der anderen Seite, Antetokounmpo mit Chris Middleton auf Seiten der Bucks. Ich finde beide Teams super sympathisch. Die Arenen, die kochen, da sprudelt es, da sprudelt es. Die Fans machen eine Bombenstimmung und mir fehlt dieses Good vs. Bad. Ich meine, du hast in den Jahren davor immer, David gegen Goliath möchte ich nicht sagen, aber du hast halt die LA Lakers, die sehr polarisieren. Man liebt sie oder man ist komplett gegen sie. Du hast die Cleveland Cavaliers gehabt mit LeBron James, du hast Miami Heat damit gehabt, du hast die Golden State Warriors gehabt, die ein super Team waren. Und du warst dann doch irgendwie für den Außenseiter, wie zum Beispiel eben die Toronto Raptors. Und jetzt haben wir zwei Mannschaften, die beide den Titel verdient haben. Beide haben sich ihren Superstar selber aufgebaut, gedraftet. Booker, Antetokounmpo haben die richtigen Bausteine gefunden. Für die Suns ist es sogar, zumindest für Booker und auch die Andrew Aiton, der ja damals der Number-One-Pick war, vor Trey Young, vor Luka Doncic. Ja, beide haben zusammen diesen Step gegangen, die ersten Playoffs. Und dann spielen sie beide wirklich überragend. Und auf der anderen Seite die Milwaukee Bucks, die Jahr für Jahr oben mit dabei waren, Meister waren, zumindest in der Regular Season. Und dann immer an Gegner geschaltet sind, an den eigenen Systemen und jetzt auch den Titel verdient haben. Und das ist eine ultra schwierige Sache, wenn ich nicht weiß, für wen ich sein soll. Die ersten vier Spiele habe ich jetzt alle gesehen. WeLive, wegen der Europameisterschaft, keine Zeit und Lust gehabt, das live zu sehen. Aber das ist schon eine verrückte Sache. Ich habe es angesprochen, warum ich von Antetokounmpo beeindruckt bin. Das ist relativ einfach. Spiel 4 hat wieder gezeigt, was für ein Teamplayer er ist. Er stellt sich wirklich in den Dienst der Mannschaft. Er muss nicht seine 30, 40, 50 Punkte machen und die entscheidenden Würfe nehmen. Im Gegenteil, das System von Mike Budenholzer, von den Milwaukee Bucks, beruht dann wirklich darauf, in der Crunch-Time Chris Middleton den Ball zu geben. Der hat jetzt in Spiel 4 natürlich auch ein überragendes Game. Aber wer es gesehen hat, die letzten 2-3 Minuten, Antetokounmpo hat sich zurückgezogen. Middleton hat den Ball bekommen, wurde schnell angespielt. Grund dabei ist natürlich auch, du kannst Antetokounmpo faulen und hoffen, dass er keinen oder maximal einen Ball von der Freiwurflinie reinmacht. Und dann waren Situationen, dass Middleton gegen 2 teilweise geworfen hat, während Antetokounmpo an der 3er-Linie komplett frei war. Ja, aber er hat sich nicht beschwert, dass er den Ball nicht bekommen hat, sondern er vertraut seinen Teammates, er vertraut dem System. Und das hat mich tatsächlich sehr beeindruckt, weil das kriegt man selten zu sehen bei einem Superstar seiner Klasse, dass er sich da einfach so zurücknimmt. Aber auch der Supporting-Cast von den Bucks, cool. Per Code of You macht die 3er, wenn er muss. Du hast P.J. Tucker, der ein Defensiv-Biest ist, der richtig Spaß macht. Du hast Bobby Portis, der, wenn er die Spiele schaut, sowas wie der Energy Guy ist. Die Fans schreiben mal Bobby, Bobby, Bobby. Und der bringt eine richtige geile Energie. Auf der anderen Seite haben wir die Phoenix Suns, die im Gegensatz zu den Bucks nicht wirklich über Kampfgeist kommen. Sie spielen natürlich auch hart und ultraintensiv. Die Bucks sehe ich aber eher als Hustle-Team. Die Phoenix Suns können richtig guten Basketball spielen. Das hat sich vor allem in den ersten beiden Spielen gezeigt. Die Kombinationen haben funktioniert. Chris Paul war gigantisch. Booker sowieso. D'Andre Ayton. Ich meine, das sind seine ersten Playoffs. Das gleiche wie bei Booker. Und dann haben sie noch Jake Crowder. Dann haben sie Cameron Payne, der eigentlich schon draußen war aus der Liga, eigentlich keine NBA-Karriere hatte und jetzt auf einmal wirklich ein wichtiger Baustein ist bei den Suns. Dann hast du noch, ja, auch ein bisschen Verletzungspäche natürlich mit Saric, der nicht mehr dabei ist. Ich glaube, den Kreuzband riss ins Spiel 1 oder 2. Aber sie haben noch Michael Bridges, Cam Johnson. Das ist wirklich ein rundes Team. Beide Teams haben super sympathische Spieler. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich habe gesagt, ein Herr wird zu 100% Meister, beziehungsweise ich weiß, wer zu 100% Meister wird. Das habe ich schon ein bisschen vorweggenommen. Das hier ist Torrey Craig. Zuerst dieses Trikot. Wahnsinn. Optisch schon meisterreif, die Suns. Aber warum Torrey Craig? Der hat am Anfang der Saison bei den Milwaukee Bucks gespielt, wurde dann während der Saison rausgekauft und nach, oder anders gesagt, nach Phoenix getradet. Nicht mal gegen den Gegenwert an Spielermaterial, sondern nur gegen Cash. In der NBA ist es jetzt aber so, wenn du beim Meisterteam gespielt hast, egal ob es eine Woche oder eine Saison gewesen ist, dann kriegst du den Ring. Das bedeutet, klar, wenn er jetzt mit Phoenix die Serie gewinnt, ist er Meister. Wenn die Bucks die Serie gewinnen, hat er auch Anspruch auf einen Ring. Ich weiß gar nicht, ob er das ablehnen kann oder ob er dann sagt, du, das passt schon, ich habe verloren, ich hole es mir irgendwie auf der anderen Seite. Aber eine sehr, sehr kuriose Geschichte, weil er eben nicht mal gegen einen Gegenwert an Spielern die Bucks verlassen hat. Sehr, sehr witzige Randnotiz. Es gibt einen Tweet, der durch die Basketballwelt geistert, den zeige ich euch jetzt mal. Und der ist von einem Jarrett Palmer oder Plamer. Man kann ihn ja wahrscheinlich aussprechen, wie man möchte. Schaut mal hier unten. Er hat getweetet. NBA Finals Bucks vs. Suns Game 7. Die Bucks gewinnen 123 zu 115. Das Kuriose dabei, er hat das im Jahr 2016, am 4. November 2016 gesehen. Und ich glaube, wer damals gesagt hätte, vor allem die Phoenix Suns kommen ins Finale, ja, das ist schon eine kranke Vorhersage, die, ja, Hut ab davor. Und wäre natürlich verrückt, wenn es dann wirklich am Ende so kommt. Tatsächlich spricht viel dafür. Wir haben die ersten beiden Heimspiele, die die Suns gewonnen haben. Dann haben die nächsten beiden Heimspiele die Bucks gewonnen. Sie haben sich aber deutlich schwerer getan. Und jetzt steht es 2-2. Jetzt geht es wieder nach Phoenix. Von Samstag auf Sonntag in der Nacht findet dort Spiel 5 statt. Versucht es live anzuschauen. Versucht es real live anzuschauen, um das Ergebnis zu kennen. Die Halle wird definitiv wieder brodeln. Da wird es abgehen. Das ist unbeschreiblich. Eigentlich nur noch ist es besser in Milwaukee. Aber folgendes, was ich jetzt so als Ideen habe. Ich glaube, die Phoenix Suns hatten in der bisherigen Playoff-Saison nicht den leichteren Pfad. Das auf gar keinen Fall. Aber sie hatten gegen die Lakers dann relativ deutlich gewonnen. In der nächsten Runde gegen die Nuggets ein 4-0. Gegen die Clippers haben sie dann auch mit einem 4-2 relativ easy gewonnen. Wenn man das so sagen kann. Und auf der anderen Seite die Milwaukee Bucks. Die gegen ihr Nemesis Team gespielt haben. Gegen das sie letztes Jahr ausgeschieden sind. Die Miami Heat. 4-0 gewonnen. Dann gegen die Kollegen aus Brooklyn. 2-0 auch hinten gewesen. Da die Serie noch umgedreht. Klar, Verletzungssorgen oder deutliche schlimme Verletzungen auf Seiten der Brooklyn. Netz haben den Bucks natürlich geholfen. Aber nichtsdestotrotz haben sie 2-0 zurückgekommen. Und sie haben die Serie 4-3 in der Verlängerung gewonnen. Also das musst du auch erst mal schaffen. Und dann auch gegen die Atlanta Hawks haben sie zwar letztendlich gegen Hawks ohne Trey Young in 2 Spielen gewonnen. Aber auch Giannis Antetokounmpo hat in 2 Spielen gefehlt. Und da hat dann Chris Middleton und Drew Holiday das Team übernommen. Und die Führung und letztendlich die Bucks ins Finale gebracht. Die Suns mit ihren ersten beiden Siegen waren sie dann schon irgendwie deutlicher Favorit. Und jetzt kommen auf einmal Milwaukee wieder zurück. Und der Druck liegt jetzt bei Phoenix, dieses Heimspiel zu gewinnen. Ich kann mir auch noch von der Serie jetzt vorstellen. Die Suns waren jetzt in Spiel 4 sehr, sehr, sehr knapp dran. Sie waren ja bis kurz vor Schluss eigentlich vorne. Haben das Spiel mehr oder weniger angeführt über längere Zeit. Und dann erst hinten raus den Faden verloren. Und die Bucks durch viele Hustle-Plays das Spiel gedreht. Jetzt glaube ich, dass sie dieses fünfte Spiel tatsächlich knapp gewinnen werden. Dann denke ich, sehen wir einen deutlichen Sieg bei Milwaukee wieder. Damit würde ein super geiles bisheriges Finale ein verdientes Spiel 7 haben. Und da würde ich sagen, halten wir uns einfach an Jared Plamer, wie man ihn aussprechen möchte. 123 zu 115 glaube ich nicht, dass es am Ende ausgeht. Dafür ist die Defense mittlerweile bei beiden Teams zu stark. Und der Druck auch zu groß, jetzt wirklich in die Offensive großartig zu investieren. Also ich glaube, das werden die Bucks dann sehr, sehr knapp gewinnen. Antetokoupa hat es verdient. Die Bucks haben es verdient. Und die Phoenix Suns, glaube ich, haben eine super glureiche Zukunft vor sich. Denn Booker und Aiden ist schon mal ein Wahnsinns-Duo. Die gefüttert mit einem Chris Paul auch noch den einen oder anderen sehr guten Free Agent an Land für Kleinsgeld bekommen könnten. Und da geht bestimmt auch noch das ein oder andere zum Miss-Konferenz-Finale in den nächsten drei, vier Jahren. Und dann ist es ja nicht mehr weit zum Titel. Schauen wir vielleicht noch ganz kurz hier die Quoten an für das Spiel 5. Wie gesagt, ich glaube schon, dass Spiel 5 nochmal knapp an Phoenix geht. Das würde bedeuten, dass ich aber eher tippen würde auf Bucks plus 5 oder 4. Einfach, weil ich glaube, dass es knapp ist. Und dass die Bucks natürlich trotzdem einen Stich haben mit diesen zwei Siegen, die sie jetzt geholt haben. Damit ist das das letzte NBA-Video in dieser Saison. Wir sehen uns auch wieder zur neuen Saison mit einem Preview für die Western- und Eastern-Conferenz. Und dann gibt es hier weiter auf der PDF geplant jeden Sonntag ein Video zur NBA-Regular Season. Danke für alle, die so fleißig, treu dabei sind. Danke auch nochmal für all die vielen Klicks in der EM-Zeit. Und dann wünsche ich euch mindestens zwei Wochen, zweieinhalb Wochen Pause zumindest von mir. Wir sehen uns dann wieder zum DFB-Pokal im Fußball. Genießt die Finals. Schaut sie euch an. Denn wann hatten wir das denn schon, dass zwei Small-Market-Cap-Teams im Finale sind? Die Einschaltquoten sind trotzdem gigantisch. Die NBA braucht keine Clippers, die Lakers, Nets, Warriors im Finale. Die NBA braucht zwei geile Teams, die geilen Basketball spielen, die keine super Teams sind, sondern ihr eigenes Team auf die Beine gebracht haben. Ciao, ciao!